Ich grüße euch alle von Herzen. Nun steht Weihnachten vor der Tür, der Heiligabend. Und ich stelle euch die Frage. Wissen wir eigentlich, warum wir überhaupt Weihnachten feiern? Ist Weihnachten der Höhepunkt des Jahres? Für viele Menschen schon. In den Familien und den Kirchen werden Tannenbäume geschmückt, wie auch in den Straßen von Stadt und Land. Die Stuben erscheinen im festlichen Licht. Die Augen der Kinder leuchten vor dem reich geschmückten Weihnachtsbaum und bestaunen ihre Geschenke. Es ist eine Zeit, wo der Alltag vergessen werden kann. Weshalb aber ist gerade in der westlichen Welt die Advents- und Weihnachtszeit so wichtig? Ist der Grund etwa die Religion, Tradition oder gibt es vielleicht andere Gründe? Fragen über Fragen. Zugegeben, Weihnachten ist ein christliches Fest, wo weltweit bei zwei Milliarden Christen die Geburt Christi gefeiert wird. Die Kirche hat das Datum festgelegt. Doch aus welchem Grund? In der Bibel wird kein genaues Geburtsdatum genannt. In fast allen Kulturen, die in der westlichen Welt bekannt sind, etwa die Germanen, Römer, Kelten oder andere, hat man die Geburt Christi jeher in der Sonnenwende gefeiert. Denn da werden die Tage wieder länger und die Festlegung des Datums kann so entstanden sein. Vielleicht auch aus natürlichen Bedürfnissen der Menschen, die in der langen kalten Winterzeit, wo weder auf dem Feld noch auf der Wiese etwas gedeiht. Allerdings war die christliche Botschaft der Geburt des Heilands gerade eine Erlösung. Vielleicht auch nur von Eis und Schnee. Es darf nicht vergessen werden, dass Weihnachten im Kirchenjahr nicht das höchste Fest der Christen ist. Zwar wird dieser Zeitpunkt als die Geburt des Heilands markiert. Doch das höchste christliche Fest ist allerdings Ostern. Da feiern wir die Auferstehung Jesus, dem Sohn Gottes. Dass Weihnachten trotzdem in vielen Familien so aufwendig gefeiert wird, ist der Tradition geschuldet. In der kalten, dunklen Jahreszeit rücken die Menschen näher zusammen. Um in gemütlicher, besinnlicher Atmosphäre zu verweilen. Aber woher kommen denn die Symbole rund um das Weihnachtsfest? Zum Beispiel etwa der Brauch des Schmückens eines Tannenbaums. Die Wurzeln stammen wohl nicht aus den christlichen Kulturen. Der traditionelle Christbaumschmuck erfolgte erst im 17. Jahrhundert. Da verwendete man all das, was man hatte. Erst im 19. Jahrhundert kam das industrielle Aufkommen und der Weihnachtsschmuck wurde systematisch hergestellt. Aber auch der Weihnachtsmann und das Christkind sind mittlerweile nicht mit dem Weihnachtsfest verknüpft. In dem sie die Geschenke bringen und die Kinderaugen aufleuchten lassen. Von Martin Luther wurde im 19. Jahrhundert die Figur des Christkindes geprägt. Damals brachte der Nikolaus am 6. Dezember die Geschenke, da es zu Weihnachten noch keine Bescherung gab. Der Wille von Luther als Protestant war, den Heiligen, zum Beispiel den Heiligen Nikolaus, ihren Status zu nehmen. Er wollte die Aufmerksamkeit mehr für das Weihnachtsfest und der Geburt Jesu gewidmet haben. Heute kennen die Kinder nur aus den Erzählungen ihrer Eltern, dass man das Christkind nicht sieht, wenn es die Geschenke vor dem Christbaum ablegt und danach klingelnd den Raum wieder verlässt. Dagegen ist der Weihnachtsmann aus der Figur des Nikolauses und seinem Knecht Ruprecht entstanden. Dieser bestraft unartige Kinder und belohnt die Braven mit Geschenken. Gleichwohl, ob es für die Menschen ein religiöses oder vielleicht ein kulturelles Fest ist, hat Weihnachten einen unermesslichen, wundervollen Zauber, den man sich eigentlich nicht entziehen kann. Deshalb ist jedes Jahr Weihnachten immer wieder etwas Besonderes, weil sich die Menschen friedlich unter dem Baum zusammenfinden. Wenigstens für ein paar Tage. Es liegt an uns, diese Zeit der Harmonie, des Verstehens und der Freude zu verlängern. Wollen wir diese friedliche Zeit genießen, denn bald steht der Alltag wieder vor der Tür. Ich wünsche euch allen ein friedliches und gesegnetes Weihnachten. In Liebe, eure Derea.